Hallo und herzlich willkommen auf Infobox, Ihr Kanal für Informationen, Meinungen, Reportagen, Aktuelles, Ereignisse und vieles mehr. Seit Dezember 2021 ist Olaf Scholz Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er führt die sogenannte Ampel, bestehend aus Mitgliedern der SPD, den Grünen und der FDP, an. Scholz ist der schlechteste Bundeskanzler, den wir je hatten. Seine Zustimmungswerte liegen im Keller. Kurz nach Amtsantritt im Mai 2022 hielten ihn noch 61 Prozent der Bürger für kompetent. Gemäß einer Umfrage von RTL waren es im Oktober 2024 lediglich noch 33 Prozent. Selbst diese Zahl zweifle ich an, denn ich kenne keinen aus meinem Umfeld. Der Scholz noch das Vertrauen aussprechen würde. Scholz hat auf allen Gebieten versagt. Ob das die Wirtschaftspolitik ist, die mehr oder weniger von Habeck vorgegeben wird, von jemand, der vollkommen inkompetent ist und von der Wirtschaft nicht die geringste Ahnung hat, dessen Staatssekretäre und Mitarbeiter im Energie- und Wirtschaftsministerium ihm die Linie vorgeben, die durch Globalisten gesteuert wird, ob es die Energiepolitik ist, die Bildungspolitik, die Digitalisierung in unserem Land, die Sicherheitspolitik unseres Landes, egal welches Ressort wir uns ansehen, diese Bundesregierung hat auf allen Gebieten vollständig versagt. Dieses Versagen wird regelmäßig begründet mit dem sogenannten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dem Abschalten der Gasversorgung durch Russland, der steigenden Inflation und vielen anderen uns bekannten fadenscheinigen Gründen. Wir alle wissen, dass Putin uns den Gashahn nicht zugedreht hat, sondern dass es vielmehr so war, dass Deutschland keine Genehmigung für den Export der durch Siemens turnusmäßig regenerierten Gasturbine erteilt worden war, sodass die Gasversorgung hätte wieder aufgenommen werden können. Dann stand Scholz grinsend neben Joe Biden, als Biden verkündete, uns die Gasleitung in Nord Stream wegzusprengen. Dass diese Ankündigung, die Sabotage unserer Infrastruktur, durch die Amerikaner umgesetzt worden war, ist uns bekannt. Und damit Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Bitte teilt und liked dieses Video, denn ich werde einige heuchlerische Aussagen dieses Kanzlers entlarven. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Heitrun und Manfred für ihre großzügige Spende bedanken, ebenso bei Doris und Liane. Ich werde mich auch nicht von diesem sogenannten Digital Services Act der Europäischen Union und der von unserem Steuergeld bezahlten Stasi-Einrichtung, sage ich ganz deutlich und auch bewusst, Stasi-Einrichtung, Meldestelle, Respekt, so nennt sie sich, die der Bundesnetzagentur untersteht, einschüchtern lassen. Gemäß Artikel 5 Grundgesetz haben wir ein verbrieftes Recht, unsere Meinung frei zu äußern, auch wenn es den Regierenden nicht passt. Ich als unabhängiger und freier Journalist bin geradezu aufgefordert, die Politik der Bundesregierung zu kritisieren. Wir müssen alles, was sie macht, hinterfragen. Die Öffentlich-Rechtlichen hinterfragen es nicht. Das müssen wir, freie Journalisten, es eben tun. Hat Meldestellen auf Steuerzahlerkosten eingerichtet, auf denen, und das muss man sich mal vorstellen, Inhalte, die erlaubt sind, erfasst werden sollen. Der Staat legt eine Akte an über einen Bürger, der sein Recht auf freie Meinungsäußerung geltend macht. Also entweder man gewinnt das Argument, oder die Bürger sind zu blöd, meine tollen Argumente zu begreifen, dann verbiete ich mal die anderen lieber, weil wir ja im Grunde Richter müssen, wir beide. Diese Anmaßung, quasi Richter zu sein, man braucht keinerlei Qualifikationen, um sich Faktenchecker zu nennen. Das kann jeder sein. Man muss sich das eigentlich nur durchlesen, um zu sehen, meine Güte, da hat jemand von der grünen Jugend wohl einen über den Durst getrunken, so liest sich das häufig. Das ist lupenreine Stasi-Zersetzung und das ist DDR 2.0. Vor einigen Tagen gab es bei RTL eine Sendung, die Olaf Scholz innerlich zum Kochen gebracht hat. Wir sehen uns daraus mal einige Ausschnitte an. Ich möchte Ihnen Sandra Hunke vorstellen, Handwerkerin, sie hat SPD gewählt. Und damit quasi auch Ihnen ins Amt verholfen, kann man ja sagen. Nur Frau Hunke, würden Sie es wieder tun? Ich habe sie gewählt, weil das Wahlprogramm hat mir echt gut gefallen. Machen sympathischen Eindruck, knuffiges Lachen. Der Mensch, der bringt Deutschland richtig nach vorne. Wurde aber tatsächlich bis jetzt schwer enttäuscht, muss ich wirklich sagen. Die Antwort darauf von Scholz, die möchte ich euch ersparen. Er redete über die Bürokratie, die in den vergangenen Jahren aufgebläht worden war. Er redete davon, dass es 198 Punkte gäbe, um diese abzubauen. Er spricht davon, dass 80 Prozent unserer Produkte ins Ausland exportiert werden. Die schlechte Wirtschaft in unserem Land begründete er damit, dass, wenn es dort schlecht läuft, bei uns auch schlecht laufen würde. Er spricht davon, dass er keine Konjunkturprogramme mit deutschem Steuergeld in China, Asien oder Südamerika finanzieren könne, damit es in unserem Land besser läuft. Dann spricht er wieder von dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der Einstellung der Gasförderung durch Russland. Dazu kann ich nur sagen, dass der Krieg in der Ukraine nicht unser Krieg ist. Wir haben unzählige Milliarden Steuergeld für Waffenlieferungen in die Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes hineingepulvert, mit denen tagtäglich Menschen sterben. Deutsche Waffen werden wieder auf russische Menschen gerichtet. Scholz hat wohl vergessen, dass die ehemalige Sowjetunion 27 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden, zu beklagen hatte. Für mich sind diese Handlungen und eine solche Argumentation widerlich. Vor einigen Tagen war der Schauspieler Selensky bei Scholz zu Besuch. Scholz hatte ihm zusätzlich 1,4 Milliarden Euro Steuergeld für Waffenlieferungen zugesagt, obwohl wir wissen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Da hoffe ich tatsächlich darauf, dass der Präsidentschaftskandidat Ronald Trump die Wahl in Amerika gewinnen wird und Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Trump hatte versprochen, dem Krieg in der Ukraine unverzüglich ein Ende zu setzen. Es waren in dieser Sendung noch zwei weitere Gäste. Zum einen ein Bürgermeister und zum anderen der Vater Michael Kürat, anwesend, dessen Tochter Anne-Marie und ihr Freund Danny von einem Palästinenser ohne Vorwarnung mit 38 Messerstichen in einem Zug brutalst ermordet worden waren. Der Vater schilderte mit gefassten Worten, was seiner Tochter und ihrem Freund widerfahren war. Das Grinsen und die Empathielosigkeit darauf von Scholz war für mich unerträglich. Wir sehen uns den betreffenden Ausschnitt daraus einmal an. Das ist schon etwas, wo man kaum fassen kann, was für ein furchtbares Schicksal die beiden jungen Leute dort erfahren haben. Auf diese Antwort von Olaf Scholz sagte dann Herr Kürat, erwidert, dass es sich nicht um irgendwelche Leute gehandelt hat, sondern dass es sich um Menschen gehandelt hat, um seine Tochter und um ihren Freund. Ich kenne Michael Kürat aus mehreren Beiträgen freier Journalisten. Zum Beispiel war Michael Kürat zu Gast bei Anthony Lee und auch bei Peter Weber, zum Teil auch mehrfach Peter Weber von Hallo Meinung. Ich selbst bin Vater einer Tochter und zwar weiteren Stieftöchtern und kann seinen Schmerz nachvollziehen. Ich empfinde mit ihm. Wenn ich dann Scholz höre, ist mir klar, dass sein zur Schau gestelltes Mitgefühl nicht echt ist. Scholz ist es gewohnt, Bürgergespräche mit ausgewählten Statisten zu führen, die die richtigen Fragen stellen. Hier wurde er direkt mit Menschen konfrontiert, die aus ihrem Alltag bzw. von ihrem Schicksal berichteten. Ihm war im Nachhinein die Hutschnur geplatzt, weil er solche direkten Konfrontationen nicht gewohnt ist. Der Rechtsanwalt Thomas Jahn hat sich den Auftritt von Scholz angesehen in einem Artikel, der vor wenigen Tagen auf freiheitsfunken.info veröffentlicht worden war, schreibt er unter anderem folgendes. Ich werde diesen Artikel natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Ich nehme euch mal mit auf die Seite. Der Beitrag hat die Überschrift, den Opfern endlich ein Gesicht geben. Rot-Grüne Wohlfühlblase in ernsthafter Gefahr. Ihr könnt den ganzen Artikel selbst nachlesen. Wie gesagt, ich werde ihn verlinken. Einen Auszug daraus möchte ich jedoch mal vortragen. Da heißt es, der 49-jährige Michael Kürath fasste am Dienstagabend diesen ungeheuerlichen Skandal, der ebenso wie eine Vielzahl vergleichbarer Fälle von importierten Gewalt- und Terrortaten nie medial aufgearbeitet wurde, in eindringlichen Worten zusammen. Wir haben jeden Tag zwischen 24 und 34 Messerattacken. Viele davon enden tödlich. Und jeden Tag, wo wir weiter diskutieren, sterben Menschen, es sterben Kinder. Kürath in Richtung Scholz. Wir kommen, mit Reden kommen wir nicht mehr weiter. Es wird Zeit, dass wir anfangen zu handeln, dringend. Doch die Politik, vor allem die Ampelkoalition, liefere keine richtigen Antworten. Wir haben in Deutschland Regeln und Gesetze, die eigentlich gar nicht schlecht sind. Das Problem ist bloß, dass wir Politiker haben, die diese Gesetze nicht einhalten. Es sei unverständlich, warum Migranten, die Straftaten begehen, noch immer im Land seien. Wir als kleine Handwerksmeister müssen jeden Quatsch dokumentieren, um alles nachweisen zu können. Aber der Staat weiß nicht, wer ins Land kommt. Wie kann das sein? Es ist immer dasselbe Täterprofil. Es ist dasselbe Tatwerkzeug. Es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind nahezu dieselben Tatmotive. Und es sind am Ende jeder Tat dieselben Floskeln, die wir von der Politik hören. Seit Jahren. Und es ändert sich gar nichts. Kürath konfrontierte Scholz auch mit einem weiteren handfesten Skandal. Wie könne es möglich sein, dass die Bundesregierung eine Plattform in Gestalt der sogenannten Handbook Germany finanziell unterstütze, die in neuen Sprachen Tipps und Tricks anbietet, wie man sich einer drohenden Abschiebung entziehen kann. Sogar noch mit finanzieller Hilfe des Staates. Er hingegen habe nach dem Tod seiner Tochter keinerlei staatliche Hilfe erhalten. Wenn er den Staat auf Schadensersatz wegen des Todes seiner Tochter verklagen würde, müsse er das selbst bezahlen. Wie wollen sie das den Menschen noch erklären? Neben Beilerts Floskeln und großer Sprachlosigkeit konnte Scholz-Küraths Fragen natürlich nur in gewohnter Manier mit nichtssagenden Sprechschablonen über die Notwendigkeit härterer Gerichtsurteile beantworten. Dabei tischte er dem Publikum sogar eine faustdicke Lüge auf, die im RTL natürlich durchgehen ließ. Er, der Kanzler, habe zwar auch von dem Handbook Germany gehört, aber die Förderung dieses Vereins durch den Bund sei nun eingestellt. Wie Recherchen des Internetportals Apollo News aber ergaben, hat Scholz nicht die Wahrheit gesagt. Denn schon im September 2024 erteilte sein eigenes Bundeskanzleramt auf die Presseanfrage von Apollo News die Auskunft, dass sich die linke Plattform Handbook Germany auch im kommenden Jahr über dieselbe Förderung in Höhe von 300.000 Euro wie schon 2024 freuen kann. Olaf Scholz soll am Mittwoch übrigens ziemlich sauer gewesen sein. Er ließ wohl den Pressestab seines Kanzleramtes deutlich spüren, wie wütend er über die Demütigung gewesen sei, die ihm die ungeschminkte Konfrontation mit den Folgen seiner Politik vor einem Millionenpublikum beschert habe, dies und die ansonsten ausnahmslos positiven Reaktionen von allen klar denkenden und vernünftigen Normalbürgern zeigt, wie wichtig es ist, den Opfern der rücksichtslosen, linksradikalen, no-Border-no-Nation-Politik der Bundesregierung ein Gesicht zu geben. Michael Kürath, der auch eine hinterbliebenen Gruppe mit 300 von Migrantengewalt betroffenen Eltern gegründet hat, sorgte mit seinem ruhigen Auftreten und seiner sachlichen Art für ein neues Bewusstsein dafür, dass die unverantwortliche Migrationspolitik dieses Staates wirklich jeden treffen kann und dass es sprichwörtlich um Leben und Tod geht. Eine weitere Säule der rot-grünen, menschenverachtenden Staatsdoktrin der Berliner Republik ist diese Woche stark ins Wanken geraten, dank des Mutes und der Kraft von Michael Kürath. Die schlechte Nachricht an diesem Fernsehabend ist allerdings, dass Sendungen wie diese die absolute Ausnahme bleiben werden und der Skandal im Zusammenhang mit der Umsetzung des Digital Service Act, also Digital Service Act, sagen manche auch, der EU durch die mit einem grünen Funktionär besetzten Bundesnetzagentur und der beabsichtigsten Zensur unliebsamer regierungskritischer Meinungen im Internet zeigt, dass Rot-Grün keinen Gedanken an eine Rückkehr zu Menschlichkeit und Vernunft verschwendet. Stattdessen soll und wird das Grundrecht auf Meinungsfreiheit weiter attackiert werden. Wie viele unschuldige Menschen wie Anne-Marie oder Danny müssen noch sterben, bis die Funktionseliten und die reichweitenstarken Medien in diesem Land endlich aufwachen und das Narrativ von der angeblich segensreichen Migration und ihrer bunten, friedlichen Vielfalt endgültig aufgeben. Soweit zu diesem Artikel von dem Rechtsanwalt Thomas Jahn. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem Bundeskanzler Olaf Scholz? Mein Kanzler, das habe ich schon mal in einer anderen Sendung gesagt, ist es nicht. Für mich ist es an der Zeit, dass diese Regierung endlich das Handtuch schmeißt. Sie können es nicht. Sie werden es auch im letzten Jahr nach diesen drei Jahren Amtszeit nicht können. Und dann noch solche Fantasien zu entwickeln, wiederum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden, ist einfach nur lächerlich. Dann wird dem Wähler mal wieder Honig ums Maul geschmiert, um wieder gewählt zu werden. Dann will man angeblich Steuergeschenke machen. Wie sieht es aus mit diesen 95 Prozent aller Steuerzahler, die entlastet werden sollen mit diesem Versprechen der SPD? Dann gucken wir mal auf einen Beitrag aus der Wirtschaftswoche, der am 19.09.2021 erschienen ist. Und da steht eine Aussage von Scholz, Doppelpunkt, wir wollen mehr als 95 Prozent aller Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten. Und diese Parole haut er jetzt wieder raus, in der Hoffnung, bei der nächsten Wahl wieder gewählt zu werden. Ich kann nur sagen, fallt nicht auf diese ganzen Versprechungen rein. Es wurde uns im Jahr 2021 versprochen, jetzt wird es uns wieder versprochen, davon wird nichts gehalten werden. Die Bundesregierung kommt ja mit dieser Billionen Euro, die die arbeitende Bevölkerung an Steuern bezahlt, nicht aus. Es wird das Geld in der ganzen Welt verschenkt. Wir geben das Geld für Waffen und alles Mögliche aus. Aber unseren Rentnern, unseren Menschen hier im Land bleibt davon nichts. Es gibt viele Millionen Rentner. Es sind circa 20 Millionen, die mit etwas mehr als 1000 Euro im Monat auskommen müssen. Für diese Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, ist kein Geld. Aber für Waffen und für Gender-Unterstützung, für solche Vorhaben wie Einrichtung einer Stasi-Zentrale, dafür ist Geld da. Die bekommen Geld vom deutschen Steuerzahler. Aber für uns Bürger bleibt nichts. Und darüber hinaus wird das noch in der ganzen Welt zum Fenster hinausgeschmissen. Fallt bloß nicht auf diese Versprechungen von der SPD, von der CDU, CSU. Die wollen ja nun auch, der Friedrich Merz will ja nun Kanzler werden, hat sich da mit Söder geeinigt. Und da wird viel versprochen, aber nichts gehalten werden und schon gar nicht die Grünen wählen. Das ist das Schlimmste, was unserem Land passieren kann. Schreibt mir bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Dieses Video fleißig liken und teilen, meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.